Ja, der Spielplan ist so. Jetzt haben wir den 16. Spieltag bei Bochum und ein wichtiges Spiel vor der Brust. Wieder ein Startspiel jetzt im neuen Jahr und dafür wollen wir gewappnet sein, unabhängig davon, was die Tabellensituation angeht. Es ist ein wichtiges Spiel. Wir wissen auch, 15. Platz gegen 17. Und deswegen aber auch jetzt unabhängig davon gute Leistung absolvieren. Das wird wieder eine Gradmesse sein, um dann auch Punkte zu holen. Ja, lass uns erstmal abwarten, wenn es dann offiziell ist. Auf dem Trainingsplatz habe ich ihn noch nicht gesehen. Deswegen müssen wir gucken dann, wann er endgültig wie dann auf dem Trainingsplatz steht, um dann eine Prognose abzugeben. Deswegen sollten wir da nochmal abwarten jetzt. Ist auf dem Weg, ist kein großes Geheimnis. Wollen wir mal gucken, wann er dann endgültig auf dem Trainingsplatz stehen kann.